Während der Periode können Frauen auf gar keinen Fall schwanger werden. So ganz stimmt das nicht und woran es liegt, erkläre ich in diesem Video. Ihr könnt es euch schon fast denken, so ganz kann man diese Aussage nicht stehen lassen. Aber wir müssen noch ein bisschen zurückspulen zum Biologieunterricht von vor ein paar Jahren, um erstmal zu klären, wann und warum Frauen schwanger werden. Dafür brauchen wir eine Eizelle. Das ist glaube ich den meisten klaren, wenn wir uns den weiblichen Zyklus einmal anschauen. Beginnt ja nach dem Eisprung eine Phase von ca. 12-14 Tagen, das nennt man die zweite Zyklusphase. Kommt es eben nicht zur Befruchtung mit einem Spermium, dann wird diese Schleimhaut, die aufgebaut war in der Gebärmutter, abgestoßen. Das ist ein natürlicher Prozess und das Ganze nennt man Menstruation und natürlich während dieses Vorgangs, wenn diese Schleimhaut abblutet, kann Frau auch nicht schwanger werden. Jetzt müssen wir aber zwei grundsätzliche Dinge uns mal überlegen. Fangen wir mal mit Blutungen an, die nichts mit der Periode zu tun haben. Das ist nämlich die erste kleine Fehlerquelle. Es gibt also selbstverständlich auch Blutungen, die unabhängig von der Periode auftreten. Wir nennen das Ganze Zwischenblutungen. Wenn das Ganze um den Eisprung passiert, Ovulationsblutung genannt, dann wissen die meisten Frauen, okay, das kann jetzt irgendwie auch nicht mal eine Periode sein. Sollten aber Zwischenblutungen kurz vor der Periode stattfinden, sogenannte prämenstruelle Spottings, dann kann man natürlich das Ganze auch schon mal gerne verwechseln mit der Periode. Und dann kann natürlich auch der Zyklus einigermaßen falsch interpretiert werden, sodass man dann doch durcheinander kommt und eventuell trotzdem schwanger werden kann, obwohl man ja eine Blutung hatte, die aber vielleicht gar nicht so sehr mit der Periode zu tun hat. Das ist also die erste Fehlerquelle. Nicht selten sind auch noch Schmierblutungen am Zyklusbeginn dort, wo noch gar keine Periode stattfindet. Für euch Frauen ist wichtig, der erste Tag, wo es wirklich regelstark blutet, so wie ihr es kennt von eurer Periode, das ist der erste Tag des Zyklus. Ein rosafarbener Ausfluss, eine leichte Schmierblutung kurz vor der Periode ist eben noch keine Periode und damit auch nicht der erste Zyklus-Tag. Das muss man erst mal festhalten. Nehmen wir jetzt mal die wirkliche Periode, also wirklich die Menstruation, wo die Schleimhaut abgestoßen wird. Da habe ich ja gerade gesagt, da kann man ja auf gar keinen Fall schwanger werden. Ja, in diesem Zyklus dann nicht, denn selbst wenn sich eine befruchtete Eizelle eingenistet hätte und es zu einer Abbruchblutung kommt, hält das Ganze natürlich nicht. Aber wie sieht es denn jetzt aus, wenn man relativ kurze Zyklen hat? Im Lehrbuch steht ja immer Eisprung ungefähr Tag 14. Diesen Lehrbuchzyklus haben die allerwenigsten Frauen. Es gibt also Frauen, die haben längere Zyklen. Es gibt aber auch Frauen, die haben kürzere Zyklen, wo der Eisprung nicht an Tag 14, sondern vielleicht an Tag 10 schon ist. Gibt es tatsächlich. Und jetzt lassen wir die Frau einfach mal 5 bis 6 Tage ihrer Periodenblutung haben. Da haben wir jetzt also wirklich eine kleine Gap zwischen Tag 5, 6, wo die Periode versiegt und Tag 10, 11, wo der Eisprung stattfindet. Da denkt ihr euch jetzt, ja gut, dazwischen sind ja immer noch 5 Tage. Das kann ja trotzdem nicht passieren. Ja, aber Spermien haben die Möglichkeit, 5 bis sogar 7 Tage nachgewiesenerweise im Vaginalgewölbe, in der Gebärmutter und auch im Eileiter zu überleben. Solltet ihr also beim letzten Tag eurer Periode Sex haben und sollten diese Spermien 5 bis 6 Tage überleben und solltet ihr einen kurzen Zyklus haben, dann könnt ihr, obwohl ihr eure Periode habt, trotzdem schwanger werden. Also auch hier ist man nicht ganz gefeit davor. Der Trick ist natürlich erstmal, den eigenen Zyklus zu kennen. Wann habe ich meine Periode? Wann ist mein Eisprung? Wie lang ist meine zweite Zyklusphase? Das sind drei wichtige Parameter, mit denen ihr euren Zyklus unglaublich gut tracken könnt und deswegen natürlich auch Bescheid wisst, dass eventuell ein kurzer Zyklus vorliegt. Sollte das sein, müsst ihr tatsächlich, selbst wenn es die letzten zwei Tage eurer Periode sind, verhüten. Ihr hört aber auch raus, dass Schwangerwerden auf diese Art und Weise ist natürlich unwahrscheinlich, aber halt auch nicht unmöglich. Und wenn zu euch jemand sagt, Schwangerwerden während der Periode auf keinen Fall geht nicht, dann müsst ihr das doch relativieren. Ein kurzer Zyklus ist also eine Möglichkeit, aber auch eine verlängerte Periodenblutung. Es gibt ja Frauen, die jetzt nicht dieses Standard 5 Tage Lehrbuch Maß haben, sondern eben ein bisschen länger bluten. Und hier haben wir natürlich auch wieder diese 5 Tage im Kopf, die Spermien überleben können. Und deswegen gibt es ja auch zum Beispiel bei NFP, der natürlichen Familienplanung, als Verhütungsmethode, die ja sicher ist, wenn man eben das Regelwerk richtig anwendet. Deswegen gibt es die ganzen Regeln, zum Beispiel die Minus-8-Regel. Wie die ganzen Regeln aussehen, wie das Ganze funktioniert und wie sicher auch dieses Verhütungsmittel NFP ist, erfahrt ihr in unserem Online-Kurs, findet ihr auf www.richtigwissen.de, der NFP-Kurs. Super wichtiges und mächtiges Tool, nicht nur zu Verhütungszwecken, sondern eben auch, wenn es darum geht, Kinderwunsch umzusetzen oder eigentlich nur den Zyklus kennenzulernen. Dann passiert euch nämlich so ein Malheur nicht, dass ihr während eurer Periode schwanger werdet. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Video habt oder andere Mythen geklärt haben möchtet von mir, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare und lasst nebenbei nochmal ein Abo da. Da freue ich mich sehr, sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß bis dahin und Tschüssikowski!